Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play, die Versuchung. Wir sind in Episode 4 angekommen. Was wir länger nicht mehr gemacht haben, ist uns mal anzuschauen, was bei dem Profil rausgekommen ist. Fühlt sich stark realitätsverbunden, kann Energie aus Herausforderungen ziehen, hat eine Vorliebe für erotische Filme. Ich bemerke einen Mangel an Lust zur Arbeit, schlage vor, dass der Patient eine Gingseng Ingwer-Tee trinkt, um Energie zu erhöhen. Das ist bisher, was das Studio hat, äh, was das Grysalis dieser Test gebracht hat. Wir haben einen Fernseher, der ist neu. Ich habe die alten Techniken über. Wir haben nicht möglich mit dem Doktor, nach insolenten Injecten. Wir haben richtig benutzt. Diese Tätigkeit hat extremelte Anxiety geholfen. In bestimmte Krankheiten, Geheimnis Was soll das darstellen? Alter Erotikfilm, oder wie? Okay, soviel dazu. Mal gucken, ob die Tage da noch mal was anderes kommt. Äh, äh, wo sind wir hier, was ist das für ein Zimmer? Äh, äh, ich bin grad was verwirrt. Ich hab in den ersten drei Tagen dieses Zimmer gar nicht gesehen. Ah, Doktor Turners Büro, ich, ich, ah, hier in der Rezeption geht's schon direkt weiter. Grisales Institut, ich bin schon total verwirrt gewesen gerade. Hä? Äh, hab ich jetzt wieder was ausgelassen? Okay. Das erklärt's natürlich. Psychiatrische Forschungsberichte, Ausgabe 13 Nr. 5, monatlich veröffentlicht vom Psychiatrist Press. Posttraumatische Belastungsreaktion, Depression und Hilflosigkeit, Rehabilitationsstrategien Dr. Megan Johnson und Peter Weißel. Zusammenfassung. Rückzug, Regression und Leugnen sind bekannte klinische Merkmale bei Patienten, die nicht in der Lage waren, das Trauma effektiv zu verarbeiten. Die wissenschaftliche Literatur meint, dass bestimmte Faktoren das Risiko erhöhen, dass die Patienten sich der Behandlung widersetzen. Solche Faktoren können Ehekonflikte, ungelöste Familienprobleme, der Mangel von Freunden und exzessive Medikamentenabhängigkeit sein. Mit Trennungssymptomen und traumatischen Rückfällen wird nicht effektiv umgegangen. Gleichzeitig ist bei diesen Patienten der Widerstand gegen Hilfe von außen groß. Selbstverstümmelungen wie Zerschneiden der Haut mit Rasierklingen oder Punktieren der Haut mit spitzen Gegenständen führt zum Ersatz, wenn es dem Patienten dem letzten Willen mangelt, sich zu töten. Bis der Patient spezifische Aspekte des Traumas unter Anleitung des aufmerksamen Psychotherauteuten sicher erforschen kann, bleibt eine Gefahr für sich und andere. Wenn die Selbstverletzung nicht länger den gewünschten Effekt hat, kann es zu letalen Handlungen kommen, meist zu Selbstzerstörung, in seltenen Fällen auch zu Tötungsversuchen anderer Menschen, insbesondere der professionellen Helfer. Vorgehensweisen beim Enthüllen traumatischer Erinnerungen, während Stimmungsüberwachung, Harmonieaufbau und die Anleitung des Patienten zum Ausdruck spezifischer Symptome zu den üblichen Methodenzählen haben sich auch weniger übliche therapeutische Eingriffe als hilfreich erwiesen. Obwohl noch im Experimentalstadium hat der Einsatz von Kunst, Meditation, Massage und Homöopathie dem Widerstand der Patienten die unerträgliche Angst, die mit traumatischen Erinnerungen verbunden wird, zu verarbeiten, merklich verringert. Die Ergebnisse einer der extremeren Strategien, nämlich der Patienten einer Nachbildung der traumatischen Situation auszusetzen, konnten nicht überzeugen. Ähnlich wie die Schocktherapie, die bei Phobien angewendet wird, ist die Erfahrung des Patienten ein Friss- oder Stirbphänomen. Wenn der Therapeut eine starke Bindung zu dem Patienten aufgebaut hat, kann eine abgestufte Einführung und Wiederherstellung des Traumas ein fruchtbarer Anfang für den Therapeuten bieten. Er dirigiert den Patienten und versucht mit dessen Hilfe die Illusionen so real wie möglich zu gestalten. Viele Patienten mit traumatischen Erinnerungen haben bereits Rollenspiele entwickelt, die sie insgeheim hinter dem Rücken anderer Überlebender spielen. Es ist Aufgabe des Therapeuten, dem Fluss des Wiedererlebens zu leiten. Interessant. Es kann natürlich auch sein, dass das alles eine Illusion ist und dass die Alison es gar nicht gibt, dass ich mit beim Unfall war und mir das alles nur einbilde. Und ich bin der Patient. Protokolle von Gesprächen zwischen Alison Overton und Dr. Turner. Okay, Alison Overton, also da hatten die wohl Gespräche. Protokolliert von HM bla 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 und so weiter. Alison betritt den Raum und setzt sich mit verschränkten Armen und Beinen auf die Couch. Sie vermeidet Blickkontakt. Hallo, wie geht es Ihnen, Mrs. Overton? Schön, Sie zu sehen. Hallo Herr Doktor. Nennen Sie mich Cecile. Okay. Darf ich sie Alison nennen? Ja, warum nicht? Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ein Glas Wasser? Saft? Tee? Ich trinke keinen Tee. Ich möchte nichts. Nein? Nein, danke. Ich schalte den CD-Player mit der Fernbedienung ein. Die Cellosonate von Brahms. Ich lehne mich zurück und laute der Musik. Sie erwartet, dass ich sie befrage, aber ich mache nichts. Ich mag dieses Stück. Es erinnert mich an meine Kindheit. Meine Mutter liebte das Cello. Sie hat mich jahrelang Stunden nehmen lassen, aber das war wohl nichts für mich. Meine Mutter. Ja? Ihre Mutter? Meine Mutter hat Musik unterrichtet. Wirklich? Sie spielte wunderschön. Was hat sie gespielt? Klavier. Was für Stücke hat sie gespielt? Ich kann mich nicht erinnern. Oh, Ramanov und anderes. Wir hören Brahms zu. Alison lacht. Sie mochte auch Countrymusik. Wirklich? Sie hat sie geliebt. Wir haben immer noch ihre alten Platten auf dem Dachboden. Ich kann sie einfach nicht wegwerfen. Meine Frau mag auch Countrymusik. Wir haben getanzt. Alison lacht wieder. Naja, so schlimm hat es auch nicht ausgesehen. Nein, nein. Ich musste nur an Michael denken. Ich wollte ihn auch zum Tanzen bringen. Er bekam einen Anfall. Ich musste meine Frau gehorchen. Sie hatte mich fest im Griff. Michael hatte trotzdem Spaß. Als er erstmals dabei war. Er tanzte wirklich gut. Alison lacht eine Weile. Dann ändert sich langsam ihre Miene und sie schaut auf den Boden. Wären Sie lieber nicht hier? Keine Antwort. Ich weiß, wie schwierig es für Sie sein muss, Alison. Leid ist mir nicht unbekannt. Ich will Ihnen helfen. Ich bin anders als Dr. Kambi. Kambi, genau. Lohnselag. Lassen Sie mich Ihnen das beweisen. Ich mochte... Ich mag Dr. Kambi nicht. Ich mag ihn auch nicht besonders. Alison lächelt. Es war unglücklich, dass Sie und Kambi sich getroffen haben. Aber hier in Krizalis Institut handhaben wir die Dinge anders. Erinnern Sie sich daran und wir werden gut miteinander auskommen. Gut, das wäre alles. Ich hoffe, dass Sie das nächste unterbricht mich. Warten Sie, das war's? Ich bin erst seit ein paar Minuten hier. Ich dachte, Sie wollten jetzt nicht sprechen. Gibt es etwas, über das Sie reden möchten? Ich weiß nicht. Möchten Sie mich etwas fragen? Sie fragen? Sicher. Fragen Sie ruhig. Okay, woher stammen Sie? Ah, Sie haben meinen Akzent bemerkt. Ich bin in Irland aufgewachsen. Ich bin als junger Mann hierher gekommen, um Arzt zu werden. Wo sind Sie aufgewachsen? In Ohio. Haben Sie Michael dort kennengelernt? Nein. Wir trafen uns im College. Wie lange sind Sie jetzt verhärtet? Okay, also auch interessant. Es scheint wirklich Patientin da gewesen zu sein. Ich wollte wissen, dass ich gerade bei den Overton angekommen bin. Ich teste jetzt mein Modem, um E-Mails von hier zu senden. Aha. Das ist von Dr. Turner. Von der... Katrin. Okay, Katrin Randolph. Ich teste jetzt mein Modem, um E-Mails von hier zu senden und empfangen zu können. Ich werde Ihnen heute noch einmal schreiben. Das Treffen ist sehr gut verlaufen. Sie hat mich sofort ins Herz geschlossen. Die Reise hier war allerdings fürchterlich. Apropos. Wie viel darf Ihrer Meinung nach ein Taxi vom Flughafen bis hierher kosten? Danke. Das bedeutet eine Menge für mich. Ich habe einen Brief von Dandy bekommen. Wie hat er meine Adresse hier rausgekriegt? Er erschreckt mich nicht. Die einzige Person, die jemals verletzen könnte, ist er selbst. Die er jemals verletzen könnte, ist er selbst. Kennen Sie irgendwelche Psychiater namens Sick? Was bedeutet... Okay, die Kürzel kenne ich auch nie. Keine Ahnung. Das ist nicht zu öffnen. Danke, dass Sie heute angerufen haben. Ich bin froh, dass Sie da sind, um mir Rückendeckung zu geben. Stellen Sie meine Fähigkeiten in Frage. Das ist doof, dass wir das andere Schreiben nicht lesen können. Ah, da hat er es ja wahrscheinlich schon erklärt. Belustigen, es ja wahrscheinlich lächeln oder sowas. Irgendwie sowas wird das wieder sein. Muss man, glaube ich, auch nicht wissen. Da geht's raus. Okay. Ich glaube, das war's. Das ist ja gefährlich, dass Sie gefährlich werden. Mrs. Oberton hat es nicht verdient, dass Ihr Ehemann Ihre Therapie ständig untergraben will. Die arme Frau tut mir leid. Denken Sie nicht, ich halte Mrs. Rendorf für die Florence Nightingale der psychiatrischen Fürsorge. Aber sie ist immerhin zugelassene Psychotherapeutin. Und Dr. Turner ist außerordentlich zuversichtlich. Vielleicht ein wenig zu zuversichtlich. Naja, ich muss was essen, meine Pause ist gleich wieder vorbei. Sie behalten ihn wohl besser im Auge. Und vielleicht nehmen Sie sich auch in Acht vor der Therapeutin in Ihrem Schwesternkittel. Sie ist ein bisschen raffinierter, als es ihr gut tut. So sehe ich das zumindest. Mhm. Mein Empfangsbüro. Sehen Sie sich das abstrakte Gemälde an. Ja, später. Schauen wir uns noch was um. Die hatte türkisblaue Augen, oder lag das bei mir am Monitor? Ich will mich später mal anschauen. Interessant. Hübsch. Fallnotiz Justin Carter. Aufnahmebesprechung. 15.03.95 Kurzgeschichte. Diese attraktive 26-jährige verheiratete Frau hatte ein 5-jähriges Kind. Sie kam, um sich ein Medikament gegen Depressionen für erschreiben zu lassen. Sie gibt an, seit der Pubertät von Zeit zu Zeit an Depressionen zu leiden. Beschreibt Kindheit mit Eltern, die sich und die Kinder unter Alkoholeinfluss verprügelten. Hat Elternhaus mit 16 verlassen. Lebte bei einer Tante in San Francisco. Er hielt Fachhochschulreife, machte Ausbildung in medizinischer Buchführung und EDV. Zog 1991 mit ihrem Mann, Brandon Carter, nach Rube Valley. Hat periodisch in kommunalen Krankenhäusern und Privatkliniken im Tal gearbeitet. Seit 7 Jahren verheiratet. Eine Tochter, Kesslin, behauptet, ihr Leben sei sinnlos. Wenn mein Baby irgendwas zustößt, berichtet von vielen medizinischen Notfällen des Kindes seit der Geburt, darunter chronische und schwere Ohrinfektionen, Verdauungsstörungen, unbekannten Ursprungs- und Atemunregelmäßigkeiten. Gibt an, ihr Mann unterstütze sie nicht bei der Erziehung der Tochter. Gegenwärtiges Zustand, Mrs. Carters Leid scheint durch obsessive Auseinandersetzung mit der Sicherheit und Gesundheit ihrer Tochter und durch die mangelnde Aufmerksamkeit ihres Mannes hervorgerufen zu werden. Sie wurde definitiv, als ich vorschlug, dass sie zusätzlich zur Medikation ihren Mann mehr in die Erziehung Kesslins einbeziehen solle, um ihren Stress zu reduzieren. Dieser Wandel gebe ihr die Möglichkeit, ihr eigenes Leben zu leben. Das deutet darauf hin, dass der gelegentliche Alkoholmissbrauch ihres Mannes Misstrauen hervorrufen kann. Seine Arbeitswut scheint ihm daran zu hindern, sich im Familienleben zu beteiligen und eine Anteilnahme an den gesundheitlichen Problemen der Tochter zu zeigen. Kurzfristige Behandlungsziele. Wiedervorstellung in zwei Wochen Eheberatung bei klinischem Psychologen angezeigt. Ich schlug vor, mit ihr über die Krankheit der Tochter zu reden. Außerdem solle sie ihrer Tochter lieber einen einzelnen Kinderarzt anvertrauen, statt mit ihr von Arzt zu Arzt und Klinik zu Klinik zu laufen. Es mangelt an einer einheitlichen medizinischen Vorgehensweise zur Stärkung der Gesundheit der Tochter. Die Mutter braucht Informationen über typische Kinderkrankheiten und Unterstützung bei dem Umgang mit ihrem Kind im unkritischen Zustand. Symptomatische Muster seit über zwei Jahren tägliche oder fast tägliche Depressionen. Kaum Appetit. Ermüdung. Zeitweise Schlafstörungen bzw. Schlaflosigkeit. Konzentrationsschwierigkeiten. Keine manischen Phasen berichtet. Fall notet Justin Carter. 29.03.500. Patient wurde nicht vorstellig. Martin Berg, das ist doch schon wieder jemand Neues. Okay, 96 Aufnahme, Kurzgeschichte. Beide sind frischgebackene Akademiker und leben seit zwei Jahren zusammen, sind zur Partnerberatung gekommen, nachdem Mrs. Berg Mr. Martin gedroht hatte, ihn ansonsten zu verlassen. Als sie sich kennenlernten, fand sie heraus, dass er Probleme hatte, von Ex-Freundinnen loszukommen. Sie meinte, das hätte sie vorwarnen müssen. Mr. Martin unternahm nicht viel, um sich gegen ihre Vorwürfe zu verteidigen. Sie beschwerte sich über seine Alkoholeskapaden, Partys und seine Versuche, andere zu orgieren, wie sie es nennt, bzw. normalen sexuellen Experimenten für aufgeklärte Paare, wie er es nennt, zu ermutigen. Mrs. Berg möchte eine monogame Beziehung. Vor zwei Wochen stimmte Mrs. Berg widerwillig zu, an einer sexuellen Dreierbegegnung einer anderen Frau teilzunehmen. Dann erfragte sie Martin, was er von einem Dreier mit einem anderen Mann hielte. Sie arrangierte eine Liaison mit einem Freund. Als er kam, sollte Martin jeden Moment von der Arbeit kommen. Mrs. Berg fühlte sich zu ihm hingezogen und konnte nicht widerstehen. Als er vorschlug, die Wartezeit zu nutzen, um sich aufzuwärmen, die beiden nahmen Alkohol und Kokain und hatten Sex, plötzlich stürmte Martin aus dem Kleiderschrank, aus dem er zugesehen hatte. Die beiden nahmen Alkohol und Kokain und hatten Sex, plötzlich stürmte Martin aus dem Kleiderschrank, aus dem er zugesehen hatte. Er warf den Mann aus dem Haus, zog sich aus und bestieg lustvoll Mrs. Berg, um den Akt zu vollenden. Mrs. Berg berichtete, dass sie den Eindruck hätte, dass er ihre Bedürfnisse nicht respektiere. Ich schlug vor, dass die beiden separate Partner suchen, um so ihre Motivation und die Beziehung aufrechtzuerhalten zu analysieren. Außerdem riet ich ihnen, trotz meines Rufs als Experte für Sexualtherapie, sie hatten über Freunde von mir gehört, zu anderen Therapeuten zu gehen, die ihnen helfen könnten, ihre sexuellen Entscheidungen besser zu verstehen. Interessant. Das hatten wir. Sonderbericht, Münchhausen-Projektion, Psychologie und medizinische Folgen. Im Gegensatz zum Münchhausen-Syndrom werden hier von einem anderen Menschen psychische und psychische Traumata und Krankheiten bei dem Opfer herbeigeführt. Der Täter übernimmt dann die dramatische Rolle des Retters, indem er das Opfer zwingt, sich zu übergeben oder es in die Notaufnahme eines Krankenhauses zu bringen, wo er das medizinische Personal als sorglos und inkompetent kritisiert. Am verbreiteten 95% ist ein Muster, in dem eine Mutter der Täter und ihr Kind das Opfer ist. Die psychiatrische und physiologische Dynamik verlangt von ihrer Mutter, sich mit ihrem Kind zu identifizieren. Oft haben diese Mütter ambivalente Gefühle für ihre Kinder, die häufig im Säuglings- oder Vorschulalter sind. Zu großem Schutzbedürfnis für das Kind, ein geringes Selbstbewusstsein, Ärger und auch eine schwere psychopathologische Störung liegen der unbewussten, manchmal bewussten Manipulation der Psyche des Kindes zugrunde. Die Art und der Umfang des Täuschungsnetzes der Täterin, in das sie Kind und medizinisches Personal verwickelt, wird nur durch ihre medizinische und kreativen Fähigkeiten begrenzt. Eingreifende Taktiken, wie dem Kind Schlaf zu entziehen, es zu zwingen Gift zu nehmen oder Ikot und Alkohol in die Venen zu injizieren, können mit weniger Invasiden einhergehen. Okay. Dem Klinikpersonal kann eine dicke Akte mit vorherigen Erkrankungen und Verletzungen gegeben werden. Den Vätern sind die Aktivität der Mütter regelmäßig unbekannt oder sie wurden gezwungen, der Mutter die Sorge für das Wohl des Kindes und alle betreffenden Entscheidungen zu überlassen. Gelegentlich bringt die Mutter den unbewissenen Vater in eine Situation, in der dem Kind schwere physische Verletzungen zugefügt werden, für die er verantwortlich zu sein scheint. Die Mutter erhält dann nicht nur verstärkte Aufmerksamkeit des Klinikpersonals, sie vergrößert auch die Distanz zwischen dem Vater und dem Kind. Der Vater erscheint so zumindest als verantwortungslos. Wenn er eine potenzielle Neigung zum Missbrauch von Drogen oder Alkohol hat, könnte die Mutter ihn ermutigen und seine Selbstkontrolle untergraben, indem sie den Missbrauch toleriert oder sogar bewusst fördert. Die wahre Natur dieser relativ seltenen Form des Kindermissbrauchs ist das zwanghafte Bedürfnis der Mutter nach Aufmerksamkeit. Häufig ist eine der Motivationen solcher Mütter, ihre symbiotische Beziehung zu verstärken, eine Kindheit voller Vernachlässigung und physischer und emotionaler Schläge durch andere Familienmitglieder. Eine frühzeitige Entdeckung kann diesen möglicherweise tödlichen Kreis zerbrechen. Die Versetzung des Kindes in eine andere Umgebung außerhalb des Einflussbereichs der Mutter kann eine fast sofortige Beendigung der Symptome des Kindes mit sich bringen. Haben wir noch was ausgelassen? Da sollen wir hin, okay. Raus geht's nicht. Dann, was das? Da haben wir nur noch den Ted. Den machen wir aber gleich. Bis demnächst. Euer Jochen.